Hey liebe Blubberfreunde, ich melde mich heute mit einer glitzekleinen Ankündigung bei euch. Und zwar möchte ich euch alle ganz herzlich zu meiner diesjährigen weihnachtlichen Community-Aktion einladen. Sie heißt Lesend und Blubbernd durch die Weihnachtszeit. Sie startet am kommenden Montag und ja, mir ist durchaus bewusst, dass nächste Woche Weihnachten ist und dass die meisten diese Zeit natürlich im Kreise ihrer Liebsten, im Kreise ihrer Familie verbringen. Aber erfahrungsgemäß ist es auch eine Zeit, in der man auch mal ein bisschen Zeit für sich hat, in der man so ein bisschen zur Ruhe kommt, das vergangene Jahr Revue passieren lassen kann, aber auch mehr Zeit zum Beispiel fürs Lesen hat oder um seinen Lieblingsblogs mal einen Besuch abzustatten. In der kommenden Woche möchte ich euch mit dieser Community-Aktion eine Anlaufstelle geben, bei der ihr euch melden könnt, wenn ihr mal so ein bisschen vom Weihnachtstrubel Abstand nehmen wollt. Wenn ihr ein bisschen lesen wollt oder wenn ihr mal gucken wollt, was die anderen zum Beispiel zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, welche Bücher die gerade lesen, ja, die Wunschlisten füllen sich dann natürlich ganz automatisch. Es ist eine ganz lockere Community-Aktion, zu der ihr euch gerne anmelden könnt. Ihr müsst aber nicht von Montag bis Sonntag wirklich jeden Tag dabei sein. Es ist wie gesagt eine kleine Anlaufstelle für euch, ein kleiner Sammeltreffpunkt, zu dem ihr dazu stoßen könnt oder auch nicht. Es wird jeden Tag neue kleine Aufgaben geben, die ihr erfüllen könnt oder auch nicht. Sie dienen einfach so ein bisschen der Motivation und der gegenseitigen Blogbesuche, denn ich finde es toll, wenn wir uns gerade in der kommenden Zeit so ein bisschen mehr vernetzen, uns austauschen können, uns gegenseitig besser kennenlernen können. Deshalb kommt vorbei, ich packe euch den Link direkt in die Infobox an erster Stelle. Dort findet ihr schon die komplette Teilnehmerliste von all denjenigen, die sich schon angemeldet haben. Kommt dazu, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche lesen. Alle weiteren Infos zu dieser Aktion findet ihr ebenfalls in der Infobox. Ich halte jetzt meinen Schnabel und freue mich auf eure Anmeldungen. Bis dann, ciao!